hallo hallo wieder, ich hab wieder für euch was aber es hier drinnen, ihr müsst dann noch ran müssen es ist wieder möchtet ihr uns ein bisschen spicken? ok, ihr könnt ein bisschen spicken ok also es ist keine Puppe keine Puppe, ok, wirklich ich möchte mal richtig gut spicken also ich spitte mal, weil ich hab's noch nicht gesehen ich hab mir mal, was jemand beigebracht hat jemand war gestern und ich habe aber Spaßes richtig gekauft aber ich weiß nicht, was ich da gekauft habe sonst wird auch die Schuhe ich weiß, wie man das kauft man muss einfach nur was nehmen dann sagt sie, wieviel es kostet und dann tue ich mal einen Beutel holen bezahlen und dann tue ich das in einen Sack rein tun und dann hat man nun schon ok, dann mach ich das noch ich bin so richtig gespannt und ich hoffe, das ist keine Puppe das sieht wirklich aus wie eine Puppe ok, das sieht wirklich aus wie eine Puppe also ich denk, das ist schon eine Puppe ich denk auch schon aber ich muss mal schauen ok, da ist ein Pferd also hier an der Seite wie man sieht, das ist ein Pferd hier und hier ist ein Pferd ist das ein Pferd ist das ein Pferdenstiel das habe ich nie gewünscht das habe ich nie gewünscht das ist das Pferdereiter und diese Frau reitet auf einem Pferd sitzt und hier sind dann das Hachten hier ist die da und ich mach den richtig cool ok, es hat wie viel hat es gekostet darf ich es mal ich schau mal, ob ich es Sachen geben ich hab's nicht gesehen, ich hab's doch gekauft ich hab's nicht gesehen, wo das eigentlich da steht also 8 Euro also ich finde das ist richtig ich finde das teuer aber ich dachte ich kaufe das ist mega ja, weil ich mag die Pferde sehr und das ist das Beste und das packen wir dann gemeinsam auf aber ich freu mich schon was da so drinnen sein kann und kennen weil ich freu mich ja immer für Sachen zum auspacken ok 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 so richtig schwer das aufzubekommen hm ich glaube es hat mich schwierig gemacht also das sieht wie es tut man schon das ist immer bei denen also finde ich eigentlich dass es schon teuer ist aber ich hab das ähm ich hab das ähm das hat gewollt günstiger bekommen das hat sie gesagt im morgen und dann geh ich morgen nochmal dahin ich ich ähm werd mir dann was anders kaufen soll ich wieder mit auf den zuschalten wenn sie kommen ich muss immer mehr also zöpfen bis das da weg ist ok ok es geht jetzt ok 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 und hier ist so ein Ding wo da drauf oder oder ich dachte das Teesafil unten bestimmt ich schau immer ich schau immer oh ne zack mir bitte nicht ich weiß nicht wo ich das aufmachen kann ok ich mach's hier auf ich denk das es geht ok das ist nur dieses Ding ist nur da drauf gelegt das ist nicht dran besetzt wie man sehen kann nur in diesem komischen Karton weil das war irgendwie warm und darum ist das alles und ich bin so gespannt ich möchte das Pferdchen so gerne ähm fassen denn jetzt hab ich's auch endlich ok das war das beste oder dasst die auch fangen nicht ok ok ich rye d fang Okay, wenn ihr denkt, ich kaufe immer viel, okay, aber ich mache es halt so, weil ich möchte hier, dass ich auch mal viele Sachen mache. Also meine Freundin hat gesagt, dass sie... Was? Okay, ich habe es schon befreit, jetzt bekomme ich mal das hier, okay. Das ist, glaube ich, nur zum Wettschmeißen oder zum Anschauen. Also es ist kein Ding, wo man einen Pokal bekommen kann, nein. Und das ist ja nur ein Pferd. Aua. Okay, das löst sich an dem Ding schon ab. Wow, da ist noch eine andere Schicht drauf. Und ich dreimal den da. Steh, was ist denn das? Das? Ich denke schon, ist das hier. Heu. Und diese Schaufel bestimmt. Okay. Ich muss mir nur noch diesen Pferden befreien. Okay, mach das bitte mal schnell. Oh. Wie ist das? Oh. Wie ist das? Wie ist das? Das ist einfach so schwer. Hier... Hier... Ich schneide das hier so ab. Und... Und ähm jetzt... Nein... Immer noch. Okay, das ist schon ein bisschen schwer. Mach das lieber mit euch. Na gut, eure Kinder. Prozent ich hab's geschafft Prozent ich kann nicht gelaufen ich hab so ein Schleifpferd in der Hand Und hier ist der Irgendwie, ich finde das so ein Löcher Das will ich Ich denke, weil Ich denke, du machst Okay, das ist jetzt so Okay, dann machen wir Okay, okay, das müssen wir jetzt dann aufbauen Okay, das ist jetzt schon schwierig Und das machen wir jetzt mal Das passiert immer bei mir Warum darf ich Das stelle ich jetzt mal hin Man kann machen, wie groß man das haben möchte Hey, was ist das? Wie geht das? Also es steht keine Anleitung Aber ich habe jetzt Ich befestige es